Merkt euch die Sachen. Wenn ich rede, tut's mir leid, aber ich rede so gerne und es soll auch ein bisschen schwer sein. Ihr seht das Ding nur 20 Sekunden. Danach gehen wir rüber, dann erklär ich euch noch kurz ein paar Regeln und dann könnt ihr nachbauen. Können wir uns kurz davor noch besprechen? Wann? Jetzt ganz kurz. Also wer was macht oder so? Können wir ganz kurz. 10 Sekunden. 9, 8, 7, 6, 5, 5, 6, 5, 5, 6, 7, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Obere Reihe merkt sich einer, mittlere Reihe merkt sich einer und unten merkt sich einer. Achtung, hier kommen eure 20 Sekunden. Oben, Mitte, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh shit, guck, 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 guck. Leute, wer guckt was? Wer guckt was? Ich guck mitte. Ich guck unten. Guck mal, da ist auch der Pohl. Chill, chill. Übrigens wichtig ist, sollt es im Haus. Wieviel haben wir noch mal? Aber weiß ich nicht. Das geht irgendwann weg. Scheiße. Du guck doch da hin! So, guck mal, da ist auch Bier. Hat übrigens Marco eins aufgemacht, aber nicht du. Wie viel ist nicht euer Regal hältst du gewesen? Können wir anfahren? Hast du oben? Nein, wir gehen jetzt erstmal zusammen rüber, ich muss euch noch ein paar Regeln erklären. Nein, Aron jetzt? Ja, ich muss euch noch Regeln erklären, wie es funktioniert. Wir gehen einmal rüber. Hast du oben geguckt? Warte, ja. So, stellt euch gerne... So, ihr stellt euch einmal hier hin. Sehr gut, sehr gut. Weil Scannen ist ganz wichtig, wenn es zu einem Stechen kommt. Nein, stellt euch mal hier ran. Ich zeig euch das mal hier als Beispiel mit dem Pfeffer. Wenn ihr das nehmt, ruft ihr Pfeffer. Ganz wichtig, Pfeffer. Ja. Rennt dahin, scannt es an und packt es in euer Regal. Scannen ist ganz wichtig, wenn es zum Stechen kommt. Ganz wichtig. Hä? Ihr müsst immer nur ein Produkt nehmen. Ein Produkt, okay. Und dahin tun. Genau, und wenn ihr jetzt sagt, oh, hopps, ich habe zweimal gescannt, gibt es hier einen ganz kleinen Mülleimer. Da drückt er auf. Okay. Löschen. Ich habe noch eine Frage. Löschen. Alle Fragen hier. Da war ja eine Palette Red Bull unten. Ihr nehmt nur einzelne Produkte. Okay, also wenn deine Palette Red Bull war, kommt nur ein Red Bull für die Palette. Genau. Das steht für komplett Red Bull. Habt ihr verstanden? Jetzt gebe ich euch noch einen Tipp. Welches Team seid ihr? Pink. Ich weiß noch gar nichts mehr. Pink und da ist auch pink. Die Regale gehen euch gar nichts an. Okay. Vier Minuten. Wartet, ihr stellt euch bitte hin. Ihr seid pink und... Hey, stopp, mal kurz noch eine Frage zum Verständnis. Ich habe auch. Wir sollen ein Produkt scannen und sollen dann die ganze Palette da reinhauen. Nein, nur ein Produkt. Du nimmst dir da die M&Ms als Beispiel, rufst M&M. Da fehlt was. Scannst es und packst es bei euch rein. Nur ein Produkt, nicht das ganze Ding. Nein, nur ein Produkt. Also die Palette Red Bull steht für ein Red Bull. Das ist das, was Jenny vor einer Minute gefragt hat. Ja. Das heißt, brauche ich das ganze Ding. Wir haben das gleiche gefragt, was ich gefragt habe. Ja, genau. Weil man nichts hört. Die Reihenfolge ist richtig, wie es stand. Das ist wirklich ganz wichtig und richtig. Ja. Nicht hinpacken, wie ihr wollt. Wie es da drauf war. Genau. Fünf Stück oder wie viele Produkte waren auf einer Ebene. Sechs oder so. Okay, ich hatte unten gehabt. Du hast oben geguckt oder so. Ich weiß es nicht mehr. Junge. Sorry. Wollt ihr anfangen oder habt ihr noch? Warte kurz. Reihenfolge ist wichtig. Ein Produkt nehmen, rufen, scannt. Ihr dürft nur ein Produkt in die Hand nehmen. Ja. Abscannen. Abscannen, hinstellen, das nächste holen. Fertig. Aber nicht den ganzen. Du tust mir so weit, du guckst. Nee, alles gut. Ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage. Bei uns ist keine Prinzenrolle. Und da oben ist Prinzenrolle. Die war direkt als zweites. No joke. No joke. Darina, dann hast du nicht bei Pink geguckt. Wo ihr davor noch Pink geruft habt. Hast du vielleicht bei Gelb rüber gelinst. Ach, ehrlich jetzt? Halt's Maul. Junge, nee. Ey, Leute. Ich habe mir einfach gesagt, welches Team seid ihr? Guckt, was war das Pinker sein? Aber warum? Was hast du geguckt? Ihr zeigt uns Regale auch bei den anderen. Okay, egal. Haben wir denen auch gezeigt? Komm, komm, komm. Wir sind doch nicht bei Winscht dir was oder geh aufs Ganze. So, meine Lieben. Geisteskraft. Wir sind gebummt. Okay, Leute. Der große Bruder macht einen Tröte und dann geht's los. Ruhe. Ja, Mann. Und los. Ein Produkt nehmen. Maskpik, blablabla Milch. Ein Maskpik. Coca-Cola. Mach doch! M&M. Nein, ihr seid Pink. Hä? Oh Mann, ich habe falsch geguckt, glaube ich. Ich check, ah. Ja, Reich, pass. Stell ich hin. Ich riskier trotzdem. Ich weiß es nicht mehr. Sei das Regal. Sei das Regal. Bitte ansagen. Ansagen. Ruhig, ruhig, ruhig. Der kräftige Kaffee. Ja. Red Bull. Ey, gibts bei falschen Punktabzug. Du, warum Bifi? Ist Bifi? Ach du, Bifi, alles gut. Ja, such Bifi. Bifi, wo? Drei Rolle. Ja, passt. Hinstellen. Mayonnaise. Mayonnaise. Muss ich das immer sagen. Ja, bitte einmal sagen. Mayonnaise. Unscanned. Sehr gut. Wo ist Red Bull? Haben wir nicht. Weil Aaron uns verarscht hat. Ey, warte, wo ist Mayo? Wo ist die Mayo? Da ist die Mayo. War die Mayo? Ich hab schon die Mayo. Ich hab schon Mayo. Oh, sorry. Leute, macht mal ruhig, ihr habt noch drei Minuten. Guck mal, ich bin einmal ganz brech. Sind da keine Linsen? Wir haben gar keine Linsen. Ja, wir wurden gebummst. Die Linsen, ach. Spaghetti. Ich hab mir einfach gesagt, welches Team seid ihr? Verleuchte, wie schade. Ist doch klar, dass wir es nicht einfach machen. Aber uns dürfte da nicht die anderen Regale gezeigt werden. Das wurde allen gezeigt. Ja, das ist hart. Das ist echt hart. So ein rotes Dingens um unsers gemacht werden müsste, glaub ich. Scheiße, hätte, hätte, wäre. Geisteskrankassi. Ich weiß gar nichts mehr. Haben die anderen auch nicht bekommen. Geisteskrankassi. Ich glaub, Spaghetti war da. Wie die Laune von, wow, zu. Ja, als ich die Prinzenrolle hier nicht gesehen habe, hab ich's schon gedacht. Dann kauft ihr eigentlich selber einen oder macht das jemand anders? Warte mal, Sonnmeister war oben, oder? Geisteskrankassi. Warte, haben die Bohnen? Ja, die haben, die haben die Sachen. Oh, Mann, Jungs. Ja, muss ja alles irgendwo sein. Nein, es sind auch Leerprodukte da. Mann, Leute. Ich hab mir alles andere gemerkt. Es sind auch Leerprodukte da. Okay, ja, wir müssen ja irgendwie voll machen jetzt. Wie viel haben wir noch, Regie? 2 Minuten. Aber das waren die ganzen Bohnen da, dieses Bohnenzeug. Ja, wir wurden gebummst. Ach, Mann. Wenn ihr's unverfandet, ich kann's nicht. Das sind die Regeln beim großen Bruder. Aufpassen. Spaghetti. Ich hab keine Ahnung mehr. Warte, warte, warte. Getschup, Getschup, Getschup. Warte, die haben die Bio-Milch. Bei der großen Bruder wiederholt sich nicht. Ich hab ja mehrfach gesagt. Ich hab hier noch ein Produkt. Ihr habt noch 1,50. Bio-Haferdrink. Wie 1,50. Aber ich kann euch was Gutes sagen. Alle Nahrungsmittel kommen zur Tafel München danach. Das ist cool. Scheiße. Ey, so assi, ne? Ey, so, ja. Warum ist das denn assi? Ich find's assi, dass du nicht aufpasst, wenn ich rede. Das war zu kurz. Ja, das war. Zu kurz. Weil du auch runtergezählt hast mit 10, 9. Wo waren die Shampoo? Nein. Ja, ich glaub Shampoo muss auf jeden Fall auf. Ich nehm mal Shampoo. Weißt du, wo Shampoo war? Ich weiß nicht mal welches. Sag bitte einmal Shampoo. Scheiße. Von Nivea, Lemongrass. M&M's, wo haben wir die? Ja, die haben wir, okay. Jango Mindset kombiniert findet Leute, die diskutieren sympathisch und geben denen ein Vote. Nein. Stefan Raab hat auch noch diskutiert. Und wo sitzt er jetzt? Natürlich, du bist auf einer Ebene mit Stefan Raab. Stefan, wenn du das siehst. Hol mich hier raus. Spaghetti. Ja, mein Gott. Ja, Spaghetti. Ey, wo hast du die? Ich hab keinen. Pack einfach da in die Mitte. Geistes krank. Ich dachte, wir haben das komplette Regal. Ich sag noch extra welches Team seid ihr? Ja. Ich hab's echt im Kopf. Schau auf, schau auf 5 Sekunden. Nein, ich hab's bestimmt. Schade. So hab ich die App leider nicht mit nem großen Bruder auf der Familie. Wie viel haben wir noch? Wie viel haben wir noch? Ja, vielleicht gibt's Cheap Gaming. Regi? Du musst sagen, was das ist. Entschuldig. Choco-App. Ja, Milch. Warte mal. Das war doch auch irgendwo. Ja. Warte. Warte. Wo ist das? Warte mal. Der Strichwort ist meistens unten oder an der Seite. Milch. 30 Sekunden. Wenn du dich nicht reinmachst, musst du's wieder löschen. Ich löscht nicht. Du löscht nicht. Okay. Okay. Ihr habt 24 Sekunden. Ja, lass eins noch nehmen. Die Blicke, wenn Blicke töten könnten. Oro, die Parma. Konzentrat. Das ist aber, das ist das, was man sagt. Tomatenkonzentrat. Man gibt die Tipps. Welches Pink seid ihr? Achtet auf euer Regal. Stört mal, Mayo war doch oben. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, stopp. Meistens. Jetzt muss ich einmal gucken, ist das Today? Ja, das hattest du angescannt? Geisteskrankt. Wollen wir uns alle einmal drücken? Ja. Guck mal. Komm dabei sein. Oh, der ist tot, tot. Ey, Mann. Ich hatte wirklich die unteren zwei so drin. Aber hast du die alle gemerkt? Nein, ich habe dann wahrscheinlich bei Gelb geguckt. Ja. Das Team habe ich euch vorher noch mal rufen lassen. Junge. Ja. Ich dachte, wir haben das komplette Regal. Ich habe oben links angefangen. Ich wusste. Ja, aber dann hättest du einfach nur die letzten. Du magst die... Marco, mach ich dir gar keine Gedanken. Du warst gut. Wie ärgerlich. Prinzenrolle, Bier. Ich wusste alles. Cola, Red Bull unten. Ich hatte unten alles. Und das war Gelb wahrscheinlich. Soll ich euch was jetzt noch Gemeineres sagen? Ich werde alleine aus. Ihr geht bitte einmal zurück. Und ich mache dann beim großen Finale, sage ich euch, wie viel ihr richtig hattet. Richtig asi, muss ich sagen nochmal. Oh Mann. Aber es macht Spaß gemacht. Ja, es hat Spaß gemacht. Da freue ich mich. Danke, Aron. Bitte immer wieder gern. Ich habe auch leicht ein schlechtes Gewissen. Aber es gibt nur 100 Prozent und du musst eben aufpassen. Und wenn du nicht aufpasst, dann bestraft ist das Leben. Wir sind ja auch nicht bei Wünsch dir was, sondern bei Promi Big Brother 2023. Und ich habe extra den Tipp gegeben. Hey, Team Pink. Achtet auf euer Regal. Okay. Sie waren sympathisch. Sie waren sympathisch. Okay. Ich werde jetzt sehr großzügig sein. Sehr großzügig. Fangen wir hier unten an. Also. Die gelben M&Ms stehen unten links bei Team Pink. Hier wäre Nesquik. Ist leider nicht da. Ich glaube, ich hole mir nochmal ein für die Sachen, die nicht richtig sind. Das ist ja dann doch ein bisschen mehr. Ah. Guckt mal. Hier wäre Nesquik. Hier haben sie die Haferdrink. Dann wären hier eigentlich die Nudeln. Aber sie haben Beefy. Aber weil ich netter bin. Komm. Kriegen sie einen zweiten Punkt. Und für die Mayo ganz außen kriegen sie noch einen dritten. Man muss leider sagen, hier ist... Ich kann jetzt nicht zu nett sein. Hier ist die Cola, könnte man sagen. Leute. 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 Bitte. Komm. Leider. Falsch, falsch, falsch. Weil nichts hat gepasst. Die Cola war zwar drin, aber nicht auf dem richtigen Platz. Und hier ist nur eins. Und es war das Shampoo von hier oben leider. Das hätte hier unten hin gemusst. So ist es leider falsch. Und dann gucken wir ganz um. Hier wären eigentlich nicht Nesquik Schokodrink gewesen, sondern Barilia. Auch nicht richtig. Hier wäre eigentlich nur Ketchup gewesen. Und sie haben leider nur das Tomatenmark hingeräumt. Hui. Es tut mir leid, aber so sind die Regeln. Jetzt reicht es auch mit dem Trubseitigsein. Die zählen mal. Eins. Zwei. Und drei nette Punkte für Team Pink. So ist es ein Schokodrink. Und...